Günther, wenn wir hier stehen, wissen wir, das Jahr ist bald zu Ende. Es gibt nur eine große Veranstaltung in Zeltweg vom 9. bis 11. November, die Inova. So ist es, sechs Wochen vor Weihnachten, traditionell die Inova-Messe. Wir freuen uns natürlich riesig. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm mit super Musik- und Tanzeinlagen. Aber wir haben auch wieder die Modenschau am Samstag und am Sonntag jeweils um 14.30 Uhr mit Hubmann-Moden. Und mit der Sportmodenschau Herwis. Es ist Rudi das Rentier wieder bei uns. Es ist das Christkindl-Postamt, gibt es wieder mit dem Christkind. Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei, wie das übliche Programm, eben mit Wohn- und Geschenksideen, Wellness-Angeboten. Und, was man nicht vergessen darf, das Gemütliche, das Familiäre, kommt es einfach her. Kulinarisch wird es hier verwöhnt von unserem Messegastronom, dem Hausleitner Michi. Er ist auch da. Und es gibt auch italienische Schmankerler und ein paar untere Sachen. Kommt einfach vorbei. Wir plaudern ein bisschen und ihr findet sicher was für Weihnachten, die eine oder andere Kleinigkeit. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 20. Und, was man am занимimpression hat sich das, was ist das, was ist das? 2, 4, 6, 7, 21. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 22. 3, 4, 5, 6, 7, 21. Vielen Dank.